Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute! Das hier, ja, diese roten Bäckchen, die kommen, weil ich gerade draußen joggen war. Das ist übrigens mein Outfit, damit ihr auch wisst, was ich hier so anhabe. Ich habe einen Schal, eine Jacke drunter und ich weiß gar nicht, ob ich zwei oder drei Ober... Drei! Und ich habe drei Oberteile drunter, liebe Leute. Genauso wie ich immer zwei Mützen trage, weil ich sonst einfach erfriere, liebe Leute. Ja, herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich dachte mir, wir werden jetzt einfach einen dieser drei Eiweißshakes probieren und ich muss mich auf jeden Fall gleich erstmal kurz umziehen. Aber wir werden auf jeden Fall einen dieser drei Eiweißshakes probieren, die ich euch letztens in dem DM-Haul mitgebracht habe. Dann werden wir es verkosten und dann werde ich euch sagen, ob es gut ist, ob es schlecht ist, ob ich es euch weiterempfehlen kann oder nicht, was ich davon halte. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Ich habe mir jetzt, wie ihr sehen könnt, die Jacke erstmal ausgezogen und Schal und Mütze und so und die drei Proteinpülverchen geholt. Das hier sind die guten, liebe Leute. Einmal Ananas, Kokos, das hier ist, glaube ich, Strawberry, Raspberry und Blueberry und Salted Caramel. So eine Packung bin halt 30 Gramm, also quasi ein Dosierlöffel und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie die schmecken. Was mir gerade noch aufgefallen ist, hier in diesem ist Acerola drin, in dem Pineapple Coconut ist noch Spirulina drin und jetzt kommt hier mein größtes Manko, weil wir halt jetzt schon super, also super spät, wir haben jetzt halt schon nachmittags, mit meinem Salted Caramel, auf den ich eigentlich Lust gehabt hätte, liebe Leute, ist Guarana drin. Und ich glaube, dafür ist es zu spät, liebe Leute. Das heißt für mich, Salted Caramel fällt leider schon mal weg für den jetzigen Moment. Es bleibt also noch die Beeren-Variante und die Ananas-Kokos-Variante. Generell mischt man das Ganze mit 300ml Pflanzenmilch oder Wasser und dann soll man das mixen und wenn man mag, kann man auch auf jeden Fall noch Früchte oder sowas dazugeben, steht hier drauf. Ja, diese Pulver, die wurden mit Eritrit gesüßt, also mit einem Zuckeralkohol. Das ist gerade für die Sorbit-Intoleranten relevant. Statt also Sucralose oder ähnliches zu verwenden, kam hier jetzt Zuckeralkohol rein und ich muss sagen, das macht die ganze Sache noch 3000 Mal spannender, weil ich ein Riesenfan von Zuckeralkoholen bin und ich jetzt sehr gespannt bin, weil ich ehrlich gesagt skeptisch bin, wie es in einem Eiweiß-Shake schmecken soll. Liebe Leute, ich habe mich für Pineapple-Coconut entschieden. Ich werde das jetzt anrühren, ich weiß noch nicht genau wie, aber ich sage es euch gleich auf jeden Fall und dann verkosten wir das Ganze. Liebe Leute, ich habe den Eiweiß-Shake jetzt angerührt. Ich habe das hier so geöffnet und das riecht so intensiv, das riecht so krass. Also ich bin echt gespannt, wie es schmeckt. Kennt ihr das, wenn man super hohe Erwartungen hat, weil etwas unfassbar lecker riecht und man dann nicht weiß, ob sie erfüllt werden? Das habe ich gerade. Liebe Leute, so sieht das Ganze übrigens optisch aus. Ich habe das mit Pflanzenmilch gemacht, mit Sojamilch und ich habe da noch zwei Erdbeeren reingetan. Genau. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt schmeckt. Also wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, ihr werdet live dabei sein, Leute. Riecht immer noch lecker. Es ist richtig gut. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Man merkt, es hat eine leicht andere Konsistenz, weil es natürlich auch ein anderes Protein ist als ein normaler Eiweißdrink, sage ich mal. Aber es ist super angenehm. Es ist super lecker. Also gerade mit so sukralose gesüßten Eiweißshakes oder so, ist es immer so boom in your face. Du hast das Gefühl, du hast drei Kilo Zucker gegessen oder so. Und bei dem ist es sehr angenehm. Also das Ding ist, ich mag auch Erythrit. Ich finde Erythrit jetzt gerade auch in dem Eiweißshake. Es passt halt richtig gut, weil es auch so ein bisschen erkühlend, erkühlt, weil es so ein bisschen kühlend, erfrischend ist. Boah. Krass, krass. Es ist einfach bio, vegan und richtig lecker, Leute. Also ob ich jetzt den Drink von der Farbe her so ansprechend finde optisch, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ganz ehrlich, Leute, Geschmack ist super, Konsistenz ist super. Also hammer mega krass, auch von den Inhaltsstoffen her. Also, ja. Ja, ich bin hin und weg, Leute. Jetzt muss ich kurz gucken, welche Marke das überhaupt ist. Pur-Jahr. Pur-Jahr. Liebes Pur-Jahr-Team. Ich habe gehört, ihr wollt eine Kooperation mit mir haben. Nee, wirklich jetzt, Leute. Ich bin krass begeistert. Also das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr das auf jeden Fall schon mal ausprobiert. Wie die anderen Sachen schmecken, weiß ich noch nicht. Aber das, das hat mich auf jeden Fall überzeugt, Leute. Also ich werde jetzt den Eiweißshake zu Ende trinken, werde dann eine Runde duschen und dann werde ich wieder fleißig sein. Ich werde demnächst höchstwahrscheinlich nochmal die anderen Eiweißshake-Sorten probieren, euch dann auch nochmal ein kurzes Video machen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Falls ihr die schon mal probiert habt, schreibt mir das sehr gerne irgendwie in die Kommentare oder so. Ich muss auf jeden Fall eure Meinung hören. Auch gerade jetzt auf den blauen bezogen, weil mich hat der total umgehauen. Ich fand den jetzt gerade richtig gut. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Ihr dürft mir auch sehr gerne folgen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald!